3 Minuten verspätet Oh, was? Das ist ordentlich Naja, da fährt was eine halbe Stunde. Wir steigen nachher auf der Seite aus, weil da steigen keine Autofräse. Oh, hier gibt's ja ganz schön Schnapp. Am Eckerloch noch, ja, da ist immer auf der falschen Seite. Da könntest du schon... Ja? Das ist das nicht bei allem. Nee, ich hab einen Schlaube noch drin. Das sind wir nie wieder. Da muss ich schnell eine Matur umsetzen, damit wir die Hände nehmen. Dann haben wir eine Schatz hier wieder zu. Ich nehme ein Stück auf. Aber nachher will ich... Nee, nee, Stücke nehme ich auf und dann mache ich oben nochmal da, wo man dann nicht so will. Ja, ja. Oh, es geht. Also, ja, ja. Oh, jetzt war ich der Ostsee ein bisschen abgehärtet. Da sah es ja ganz ähnlich aus. Ja, danke. Oh, da quieben wir. Das welchen Me realized ist? Ha, ha, ha. Ja, ha. Damachen dann oben, kommt ja noch ein paar Meter, das kommt gleich wieder raus. Ja. Es kommt ja, dass die Bäume noch店 sind und das compare zu kaputt sind. Und gleich die erroquen Straße das kann man wohl sagen. Ja, die grave uso ist. Ja, die andere Seite ist getan. Wunderschöne Die sieben Zwerge? Jetzt wird es schon ein bisschen kühlt an. Wie hoch sind wir denn? Hast du sieben? Nein, das wird nicht. Ah! Da in der Leitnippbahn. Nein. Das ist die alte Kochbahn. Jetzt kommt gleich die Grockensstraße. Hast du noch mal einen schönen Ausblick? Alles gut. Das ist ja voll, voll hoch. Das ist ja 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 voll hoch. Ich musste fotografieren. Das ist ja voll hoch. Das ist ja voll hoch. Das ist ja voll hoch. Das war's für heute. Da kommt kein Weg runter. Ach, jetzt kommt gleich der Steinbruch. Du musst uns eben eine Minute unter den Steinbruch. 800 Meter vom Eckerloch ist der Steinbruch. Der müsste gleich kommen. Das ist so schlimm, das muss man nicht hören. Also es ist zu wenig. Hier sind wir hoch nicht drauf vor 5 Wochen. Jetzt kommt der Steinbruch. Die Steinbruch. Das ist der Fall, das ist der Steinbruch. Die Steinbruch entsteht. Diese sind halblich. Die Steinbruch. Die Steinbruch. Das ist aber schön. Sie hat das schon gesehen. Hier ist der Steinbruch. Die Steinbruch. Das alt. Das ist das, was wir jetzt falan. Ja, 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 ja. Ja, hier an der letzten Kurve, da ist übrigens einer der Zugriff. Hallo, ich will auch mal aufs Bild. Oh, da ist ja der Wunderkrieg. Oh, der Fußpunkt, hast du das gesehen? Ja. Soll ich jetzt gerne im Sommer. Hätt ich noch nicht gedacht, ich habe bloß auf die Fixezahl und die Barco geachtet. Na klar, brenne ich dir gleich. Und die Qualität ist auch recht fett. Ja, ja, ja. Cool, jetzt kommt der Götterweg dann. Heisenbahn-Romantikier. Ja. 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 Das müssen wir aber gleich dort reichen. Ja, dort reichen. Ja. Ja, dann der nächste Kurve ist der Wunderweg. Ist das der, der am Ilseport führt? Nee. Das war der Ilseweg, oder? Ja, nein, nein. Ach ja, stimmt. Ja, dann würde ich noch was ausbreichen gehen. Ja, wenn wir uns sagen, wir müssen mal das im Sommer. Jetzt wird auf jeden Fall der Wald schon ein bisschen durch Knieholz ersetzt und langsam der Wald schon weg Wie weit ist es noch ein bisschen um? Ich glaube, das wird noch ein bisschen erschaffen Ich mache noch mal eine Pause Ich kann es ja mal versuchen, einfach laufen zu lassen Geht schon Geht schon Geht schon Ich habe gerade das Gefühl, der hält besser als die Batterien Aber natürlich, wenn er an uns, dann ist er eigentlich flach Das ist ein bisschen weit gegen der alte Böte Das ist ja schon mal verlangt Alles gesperrt Ja Ja Also Temperatur ist mich jetzt noch angenehm, muss ich sagen Ja Das Goethe-Mohr Das Goethe-Mohr? Wie kommt denn das in der Höhe? Da ist oben woanders Da ist ein wenig hoch Da geht noch der Weg nach Da geht noch der Weg nach Da geht der Weg Hier geht er runter Ja 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 Dann geht noch Dann geht es noch weiter Genau Dann geht es weiter Dann geht es noch weiter Schmerzen. Macht nicht. Ich habe den verbranntes Freihäuschgeruch, das wäre viel zu selten mit dem Wind. So, jetzt kommt das Wasser. Achtung. Jetzt ist der Mondag dahin. So, hier geht es zur Heinrichshöhe. Da kann man noch quer durch den Sumpf laufen. Ist ja nicht gefährlich, der Sumpf. Ja, der ist Sumpf. Oh, krass. Oh, das hohe Rohr hier. Es hat was. Oh, krass. 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 Das ist heute eigentlich krass, aber nicht so früh. Eigentlich krass und nur so kleine Schlück. Da hab ich nur gar nichts mit am Hut. Jetzt wird es langsam kühl. Jetzt hab ich einen Akkupunkt weniger. Wie viele Minuten noch? Nein, der muss noch durchhalten. Ich bin gespannt. Na ja, er hat jetzt einen Punkt weg. Das heißt... Wir können uns ja mal eine Pause machen. Jetzt kommt es vorbei. Jetzt ist es ein Punkt. Wir warten mal nach Aufruf zu holen. Ein Seentuber ähnlich an dem Aufruf. Genau da. Haben wir das mit dem Simulator auch gut angekommen? Ja. Aber das kann ich nochmal. Auf den Adel der Adelsbandwelt. So, 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 so. Wollen wir das sehen? Keine Ahnung. Nee, nicht so wirklich. Wie viele sind sie auf 4.000 km? 1.000 km. 1.000 km. Das ist nicht so schnell, nur für den Asunt. traum Penny Emirates. iri 1.000 km. 1.000 km. 2.000 km. 2.000 km. Die Nebelberge. Die Nebelberge. Für Reim. Ja. Jetzt fahren wir gleich den Bahnhof rein. Cool. Ja, jetzt werden wir jetzt die Temperatur aber umfällig anzieht hier oben. Da träumen sich die Wolkenberge da vorn. Die anderen Bäume weiß. Super, besser klar. Ja. Wir dürfen auf der Seite raus, ja? Ja. Oh, nö aber. Nö, ab. Ja, stimmt. Das ist definitiv. Das ist definitiv. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hallo. Ja, gut. Ich sollte kurz mal gucken, wie wir hier noch kommen. Wir sind unter Bahnhof gefahren und jetzt war es immer wieder runter, weil Jörg ist so gerne bergauf. Und dann fängt hier. Ja, so bis 1000 Meter hatte man eine gute Wiese. Hier oben ist ein bisschen eblig. Hier ist ja eine Zucker.